Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Produktvorstellung heute, die Smart Cubes von Yeelight, die stehen hier neben mir, ihr könnt es ja sehen. Dieses Starter Kit wurde mir von Yeelight für diesen Test zur Verfügung gestellt. Es gibt aber keine Absprache im Sinne der Meinungsbildung, so wie zum Thema Hashtag Transparenz. Ich darf sagen, was ich möchte, ich darf meine Meinung frei äußern und darf auch Sachen weglassen oder eben besonders hervorheben, wie ich das möchte. Aber ihr kennt mich inzwischen, ich werde sehr kritisch das Ganze beäugen und euch sehr authentisch und transparent rüberbringen, wie ich dieses System finde. Fangen wir an mit dem grundsätzlichen erst einmal Verarbeitungsqualität und was wir hier vorfinden. Wir finden hier dieses Starter Kit vor mit sechs verschiedenen Cubes. Die werden in der Standardausführung zumindest mit dem ersten Cube und der Basisstation so ausgeliefert. Das ist ein etwas größerer Karton und die einzelnen Cubes werden dann mit kleineren Kartons ausgeliefert. Die kann man einzeln auch beziehen, das heißt, ihr könnt euch entweder nur dieses eine Kit kaufen, quasi eine Matrix-Cube und eine Basisstation und sonst nichts und dementsprechende Einzelcubes dazukaufen oder eben dieses Set, wie ich es hier stehen habe, gleich von vornherein ordern. Da habt ihr zumindest sechs verschiedene Cubes und die Basisstation von Anfang an da. Maximal sechs Würfel lassen sich übereinander kombinieren, also übereinander, untereinander, von links nach rechts, von rechts nach links, das ist euch überlassen. Hauptsache, sie haben eine Verbindung zueinander und der Strom kann fließen, sodass sie quasi das darstellen können, was sie sollen. Weniger als sechs Würfel geht natürlich auch, also mindestens einer könnte genauso hier draufsetzen, dass es wieder eure Kreativität und euren Anforderungen dementsprechend überlassen. Mitgeliefert wird, wie gesagt, auch diese Basisstation, mindestens eine, wenn ihr das mit dem Cube zusammen kauft und ihr braucht auch diese Basisstation, um dieses System überhaupt benutzen zu können. Das heißt, einzelne Cubes kaufen bringt ihr nichts ohne Basisstation. Verarbeitet wurde das Ganze, ich kann ja mal einen hier abnehmen, genau. Verarbeitet wurde das Ganze aus Kunststoff, aber jetzt nicht billig oder irgendwie, ja, seltsam, merkwürdig, sondern schon hochwertig. Ich dachte, die Würfel sind aus Metall gefertigt, also mindestens aus Aluminium. Dem ist nicht so. Ich muss aber sagen, ich muss aber sagen, obwohl ich skeptisch war am Anfang, das Plastik fasst sich nicht billig an, da knarzt auch nichts und die wiegen schon ein bisschen was. Gar nicht so leicht sind sie, obwohl sie keinen Akku integriert haben. Und es gibt auch nichts irgendwie, was jetzt hier stören würde. Also vom Design her, vom Handling, muss ich sagen, ist das tipptopp, dass es D-Light gut gelungen von der Designsprache. Ich mag das sehr. Es gibt sogar hier oben diesen Gummistöpsel, wo man dann hier oben dieses Loch noch komplett zustecken kann, wenn du jetzt diesen Würfel als letzten oben oder an der Seite hast, damit sozusagen die Anschlüsse, wie sie hier rausschauen, eben nicht rausschauen, sondern das Ganze gut verdeckt wird. Zu den Spots kommen wir gleich. Ansonsten zur Verarbeitung gibt es nichts weiter zu sagen, weil es gibt auch keine Anschlüsse, also USB oder sowas. Es gibt maximal diese Pins hier unten dran und die sorgen dafür, dass die Würfel miteinander verbunden werden und kommunizieren können. Und das war es auch schon. Stecke ich oben drauf wieder. Jawohl, genau. Ihr könnt die Würfel auch in der Ausrichtung selbst frei konfigurieren. Das heißt, ihr könnt diesen Spot hier oben von links nach rechts oder eben komplett nach hinten drehen. Ich mache das jetzt mal für euch. Um beispielsweise die Wand hinten anzuleuchten, um bewusstes Licht oder Lichtakzente setzen zu können. Das ist euch überlassen. Quasi so rum funktioniert das nicht, weil eben diese Pins dann keine Verbindung mehr hätten zu den Würfeln. Aber so draufgesetzt kann man damit schon eine ganze Menge machen. Was ihr aber wissen müsst im Vorfeld, die Anordnung der Cubes, die müsst ihr in der App noch darstellen. Das heißt, ihr müsst der App sagen, in welche Richtung die Cubes angeordnet werden, damit ihr dann dementsprechend auch Muster, Zahlen, Buchstaben, Farben und so weiter richtig darstellen lassen könnt, damit quasi das Seitenverhältnis stimmt, wo das Ganze angezeigt wird. Sechs Würfel, habe ich gerade eben gesagt, werden mitgeliefert und maximal sechs Würfel sind auch nur nutzbar auf dieser Basisstation. Das finde ich ein bisschen schade. Da hätte ich es schön gefunden, wenn man noch zwei, drei mehr hätte nutzen können, weil gerade wenn man eine längere Front hat, mag man vielleicht auch eine längere farbige Wellenlinie oder längere Texte durchfließen lassen. Denn ich finde, sechs Buchstaben sind jetzt nicht so viel. Oder für Grafiken, ja, das ist so okayisch, aber ihr könnt im Zweifelsfall zwei Dockingstation benutzen und das Ganze dann eben erweitern auf maximal zwölf Cubes, also auch nur Matrix Cubes meinetwegen. Und dann habt ihr schon wieder viel mehr Spielraum und könnt euch dementsprechend auch ausleben. An Würfelunterschieden gibt es drei Stück und zwar gibt es diese Matrix Cubes. Das sind die hier, die haben quasi über die komplette Front diese runden Pixel verteilt und die können auch jede Farbe im RGB-Stil wiedergeben. Dann haben wir hier drüber diesen, ich sag mal, diesen Milchglas Cube. Das ist eigentlich kein anderer Cube als dieser hier, aber hat eben vorn dran dieses Milchglas und das lässt den Eindruck erzeugen, als das Licht im Hintergrund ein bisschen gleisender, ein bisschen diffuser aussieht. Aber wenn man genauer hinschaut, sieht man auch dahinter die einzelnen Pixel, da muss man aber sehr nah rangehen. Im Grunde ist es quasi der gleiche Würfel. Und hier oben, das ist wirklich ein anderer Würfel, eine andere Art. Das ist dieser Spot, ja, Spot-Würfel oder Spot-Cube, der hier oben noch eine Lampe beinhaltet, die ihr auch in der Farbe frei belegen könnt über das Muster, was ihr in der App anlegt. Und ihr könnt auch die Helligkeit nochmal bestimmen. Also das ist schon ziemlich cool. Das Starter-Kit, wie gesagt, sind sechs Stück. Ich hab sie hier da und ich hab sie mir jetzt zukonfiguriert. Ich hab jetzt bewusst mal X-Mess eingegeben, weil es ist jetzt kurz vor Weihnachten. Ich weiß nicht, wann du dieses Video schaust, aber es lässt sich damit natürlich alles abbilden. Also Ostern oder Geburtstage oder einfach nur deine Schrift oder deine Farben. Da kann man wirklich sehr, sehr viel ansteuern, was du eben möchtest. So ein bisschen ist natürlich das Ganze hier oben beschränkt. Und in diesem Cube, wenn du hier oben Grafiken einblenden lässt, ihr seht das gerade, das soll eigentlich ein Tannenbaum sein. Die sieht man nicht wirklich. Man muss schon ziemlich nah rangehen, um ganz diffus das Muster erkennen zu können. Da wäre es besser, man setzt das Ganze hier unten ein. Aber wiederum könnte ich hier oben auch keine Buchstaben abbilden, weil sie eben nicht wirklich erkennbar sind. Also das finde ich ein bisschen schade. Da hätte man, ja, entweder noch mehr Cubes einfach damit dazugeben können für dieses Starter-Kit beziehungsweise sich etwas anderes einfallen lassen können. Aber ja, das ist eben so das, was ich mit gesagt und erwähnt habe. Diese vier Würfel hier unten lassen sich natürlich ganz normal beschriften und da erkennt man auch alles, was man drauflegt. Fotos lassen sich nicht darin umwandeln oder darstellen. Also ganz normale Fotos, die man mit dem Telefon gemacht hat beispielsweise. Das ist nicht der Fall. Da ist man tatsächlich daran gebunden, dass man über die App oder über diesen Creator-Store dann sich verschiedene Grafiken rausruft, die dazu passen. Oder eben im Zweifel eine eigene Grafik malen, wo man über den Handybildschirm ganz normal die Pixel hier ansteuern kann und die Farbe vorher auswählen kann. Und dann kann man bestimmen, okay, diese Pixel sehen so aus, die sehen so aus und diese Pixel radiere ich wieder weg. Die waren jetzt zu viel eingezeichnet. Da kann man eine ganze Menge machen. Nach den Beschriften kannst du natürlich das Ganze auch in verschiedenen Mustern darstellen lassen. Also die Pixel können sich aufbauen von oben nach unten, von unten nach oben, links nach rechts, rechts nach links. Sie können aber auch so pulsierend dargestellt werden. Auch das ist wieder dir überlassen, wie du das Ganze einsetzt. Und du kannst über die App tatsächlich wirklich eine ganze Menge machen. Denn von vornherein sind schon eine ganze Menge Muster auch angelegt, die du selbst direkt ansteuern kannst. Aber bevor du das tust, solltest du erst einmal dieses Kit komplett registrieren in deiner App. Und dafür musst du dir die Yeelight Station App installieren auf deinem Telefon. Ich habe jetzt hier für iOS, für das iPhone das Ganze gemacht. Und das Ganze lässt sich natürlich später auch noch, ich kann es gerade ablesen, lässt sich auch noch bei Apple Home, bei Google Home, beziehungsweise mit Alexa sogar integrieren. Ich nutze all diese Dinge nicht zu Hause. Ich habe jetzt für euch, für diesen Test, mein Apple Home dafür eingerichtet, weil das muss man tun, damit die Cubes im Apple Home erkannt werden und dann wieder über die App laufen. Also ein bisschen kompliziert. Man muss quasi bei Apple über die Apple Home App gehen, um dann die Yeelight Station App komplett nutzen zu können, weil ansonsten die Cubes nicht erkannt werden. Und das hat einen einfachen Hintergrund. Die Cubes kommunizieren nicht nur mit Bluetooth, sondern auch mit WLAN. Das heißt, wenn ich mich etwas weiter weg bewege, werden sie im Netzwerk erkannt automatisch. Du siehst sie aber in der Netzwerkübersicht nicht mehr später beim WLAN, sondern sie sind in der App, in der Yeelight App integriert. Und das Ganze sieht dann ungefähr so aus. Und da könnt ihr dann, ich habe jetzt hier einmal diese Cubes nur drin, und da könnt ihr dann selbst auch hier nochmal draufgehen, könnt verschiedene Muster anwählen und könnt dann selbst sagen, ich möchte dieses Muster angezeigt haben. Ich möchte beispielsweise auch das Ganze aus- und einschalten. Das geht natürlich auch. Oder ich gehe hier oben drauf und wähle hier diese Muster aus, beispielsweise dieses Muster oder dieses Muster. Ihr seht das hier, es baut sich hier neben mir diese Säule auf. Also da kann man wirklich wunderbar rumspielen mit, da kann man dann wunderbar auch selbst festlegen, was man festlegen möchte. Ich könnte jetzt hier das gesamte Video über hier durchstreamen und quasi die Farben hier anwählen. Da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Über die App kannst du aber nicht nur die Beschriftung regeln und die Helligkeit, du kannst auch deine Uhrzeit anzeigen lassen, du kannst aber auch, wenn du jetzt beim Instagram oder bei YouTube bist, deine Followerzahl hier anzeigen lassen, im Hochformat jetzt nicht. Das müsstest du dann quasi hinlegen und dann sieht das Ganze, ich kann das mal kurz machen für euch, ich verbinde das Ganze und dann sieht das Ganze so aus. Das ist jetzt im Hochformat ungünstig, aber wenn man das hinlegt, dann sollte das auch funktionieren. Ihr könnt außerdem all eure gespeicherten Profile mit verschiedenen Farben, mit verschiedenen Texten und Schriften und Zahlen, könnt ihr euch abspeichern und als Profil anlegen. Das heißt, ihr könnt euch hier 20 verschiedene Profile anlegen für dementsprechende Lichtstimmungen oder eben eure Stimmung generell und dementsprechend eure Profile abrufen. Also heute möchte ich Weihnachten abrufen, morgen möchte ich die Wellenform hier abrufen, die Regenbogenfarbe. Übermorgen möchte ich einfach noch alles blau haben. Das ist euch überlassen und das finde ich ziemlich cool, das kann man alles ablegen und das reagiert wirklich sehr, sehr zügig, sehr schnell. Also die App ist nicht buggy und die hängt auch nicht, die hat keinen Delay. Also das ist schon ziemlich gut, dass man die App wirklich ganz normal benutzen kann, wie jede gewohnte App über die Smartphones inzwischen. Und das Ganze funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Ich kann das nochmal hier durchsteuern auf Xmas, genau. Da haben wir nochmal Weihnachten drin. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, über diesen Creator Store, ich habe es vorhin gesagt, bei Yeelight in der App, auch hier sich Inspirationen abzuholen und beispielsweise die Arbeiten von anderen Creators anzuschauen, um sich dann was abzugucken oder eben zu sagen, das finde ich cool, das sieht ganz gut aus, das übernehme ich, das kann man dann auch speichern und für sich selbst dann auch mitverwenden. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Ganze für sich auch nutzen zu können. Soviel zur Verarbeitung und soviel zur Nutzung. Ihr müsst die App natürlich nicht installieren. Ihr müsst das Ganze auch nicht in eurem Google, Apple Home oder Alexa benutzen. Ihr könnt das Ganze auch einfach nur kaufen, aufstellen, einschalten und nutzen. Und zwar funktioniert das Ganze dann hier unten. Da müsst ihr einfach nur ein- und ausschalten. Unten über diesen Knopf, der auf Berührungsempfindlichkeit reagiert, also kein tatsächlich physischer Knopf, das geht auch. Dann habt ihr aber die Möglichkeit, nur zwischen den fünf verschiedenen Standardfarben durchzuschalten, also die Regenbogenfarbe, das Blau, dann dieser Vulkan, der sich aufbaut und dann hört es auch schon bald auf. Da kann man nicht wirklich viel einstellen. Also wem das reicht und sagt, ich möchte das mit der App nicht machen, das ist mir zu kompliziert, das geht auch. Aber man ruft nicht wirklich das volle Potenzial ab und es lohnt sich schon, das Ganze einzurichten. Und beim Einrichten sind wir auch bei einem Punkt, den ich etwas kritisch beugen muss und zwar ist es tatsächlich die Installation. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ihr müsst über Apple Home, in meinem Fall gehen, also quasi da erstmal anlegen, dass ihr Yeelight benutzen wollt. Dann braucht ihr die App im Hintergrund von Yeelight. Das heißt, erst einmal über die App installieren, dann in Yeelight hineingehen und dort auch nochmal diesen QR-Code scannen, der in der Beschreibung bei den Cubes beiliegt. Das heißt, dieses kleine Heftchen bitte nicht wegwerfen. Dort drin ist ein Aufkleber mit einem QR-Code und den braucht ihr. Ansonsten könnt ihr die Cubes nicht in Apple Home registrieren. Denn Apple Home braucht in diesem Fall diesen QR-Code, um sicherzustellen, worum es geht, um das quasi einzuordnen und dann auch zur Verfügung zu stellen. Hat ihr diesen QR-Code nicht, weil ich habe ihn am Anfang auch nicht gefunden, dann könnt ihr das Ganze einfach nicht verwenden und nur standardmäßig mit den Farben hier benutzen, die quasi vorinstalliert sind. Also da bitte aufpassen beim Auspacken, dieses Heft nicht wegwerfen. Diesen QR-Code brauchst du. Und ich habe ihn nicht auf der Verpackung außen gefunden. Ich habe ihn auch nicht auf der Webseite finden können. Also es ist tatsächlich sehr eigen, auch auf den Cubes an sich selbst. Gibt es keine Stelle, wo ein QR-Code oder irgendetwas hinterlegt ist, wo ihr quasi das Telefon draufhalten könnt und dann wird das gescannt und wird installiert. Nein, ihr müsst in dieses Heft schauen. Und das finde ich ein bisschen umständlich, weil an diesen Punkt zu kommen, da braucht es schon ein bisschen Zeit. Also so einfach war das jetzt nicht. Man muss tatsächlich dann genau hinschauen. Aber wenn man das hat, funktioniert das. Und einmal eingerichtet, funktioniert das tatsächlich recht gut. Ihr könnt diese Würfel auch dementsprechend vom Netz wieder nehmen. Wenn ihr sie aber vom Netz trennt, dann müsst ihr für einen Moment warten, beziehungsweise die Smart-App, die Yeelight Station-App auch nochmal schließen und dann wieder öffnen, weil wenn ihr die Cubes jetzt vom Netz trennt, die App ist offen und ihr schließt die Cubes wieder ans Netz an, dann werden die Cubes nicht erkannt. Und das heißt, im Zweifel immer die App nochmal schließen, alles wieder hochfahren und dann die App öffnen. Das finde ich auch nicht so cool. Da hätte ich mir gewünscht, dass das Ganze ein bisschen einfacher geht. Und beim Thema Kritik, um das Ganze rund zu machen, ich würde mir wünschen für die nächste Version, dass man hier Akkus einbaut, denn nicht jeder von uns hat die Möglichkeit, den Strom quasi bis an den Ort zu legen, wo man das Ganze nutzen möchte. Und nicht jeder von uns wird diese Cubes den gesamten Tag überlaufen lassen wollen oder müssen. Das heißt, wenn man sagt, okay, ich möchte für eine Stunde oder zwei Stunden das Ganze laufen lassen, das finde ich ganz cool. Für Videoaufnahmen wie diese hier oder für mein Streaming-Setup, wenn ich mal abends zwei, drei Stunden streame, da könnte man schon einen Akku einbauen, finde ich. Die Dockingstation unten dran finde ich richtig gut, weil darüber könnte man das Ganze laden. Und wenn man über die App sieht, der Akkustand neigt sich dem Ende, dann könnte man quasi das Ganze einfach wieder dranhängen oder eine USB-C-Variante zum Aufladen wäre noch besser. An jedem einzelnen Cube und miteinander sind sie alle verbunden und laden sich. Das wäre so der Wunsch von mir für die nächste Version, weil dann würde ich das Ganze, glaube ich, noch an ganz anderen Ortschaften verwenden und würde auch die Cubes tatsächlich so konfigurieren, dass man sie ohne Verbindung zueinander benutzen kann und selbst die Muster festlegen kann. Also das wäre nochmal so etwas, wo ich sage, ja, da könnte Yilid auf jeden Fall nochmal reinschauen, seine Hausaufgaben machen. Ich glaube, dann würde es noch mehr Nutzer und Nutzerinnen abholen und das Ganze noch flexibler und noch breiter machen, was die Möglichkeiten betrifft. Okay, soviel zu den Cubes. Ich hoffe, das war ein bisschen verständlich. Mich würde interessieren, ob du so etwas zu Hause nutzt, also bei dir im Arbeitszimmer, im Kinderzimmer oder in der Küche, im Wohnzimmer nutzt du RGB-Panel beziehungsweise nutzt du vielleicht sogar von Yilid etwas, denn die meisten von euch werden gar nicht wissen, dass Yilid im Grunde nicht damit gestartet ist, sondern eigentlich mit Smart-Lampen, die man ähnlich wie andere Hersteller quasi einfach in die Fassung hineinschrauben kann und dann auch über die App ansteuern kann mit Lichtfarbe, mit Helligkeit und so weiter und so fort. Das wissen viele gar nicht. Dementsprechend würde mich interessieren, ob du schon Yilid benutzt, ob du sie schon kennst und wenn nicht, ob du das Ganze interessant findest und dir vielleicht sogar vorstellen könntest für dein Gaming-Zimmer oder für deine Foto-Video-Ecke, dann schreib mir das gerne hier in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren. Und wie du das Ganze hier überhaupt findest, ob du sagst, hey, das ist etwas, was ich mir vorstellen könnte, vielleicht sogar vor Weihnachten noch eine fixe Geschenk-Idee für jemanden, wo man sagt, Mensch, genau auf diese Person passt das. Dann schreibt mir gerne auch mal in die Kommentare, ob ihr sagt, das wäre sogar was dafür. Und dann würde ich sagen, wenn ihr es noch nicht getan habt, gebt mir gerne ein Abonnement, das ist natürlich kostenlos, und oder einen Daumen nach oben für dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!